Die können da nicht mehr leben, weil es zu heiß ist, wenn sie rausgehen. Weißt du überhaupt, ob du morgen willst oder nicht? Und die werden hierher kommen. Und ich will nicht in einem Land leben, wo man eine Mauer drum baut, damit niemand reinkommt. Ich habe so unfassbare Angst und ich habe in den letzten Jahren alles versucht, was ich konnte. Aber jetzt sehe ich keine andere Wahl mehr, als Widerstand zu leisten, als mich auf diese Straßen zu ziehen und den Alltag zu verbrechen, weil ich so fucking Angst habe.